Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Was der für einen Druck auf der linken Seite entwickelt. Abschluss! Und da macht er sein Tor! Super! Sie haben es geschafft! Sie haben es tatsächlich geschafft! Sie sind zurück im Rennen! Wirklich ein schönes Ding, Heide Witzka. Fantastisch! Und natürlich ganz bitter für den Keeper, der diese Flughkurve nun wirklich nicht mehr vorhersehen konnte. In der Nürburgring-Geräusche den Bora und der wochen Rennen hier kämpelt. Er hat sich hinten esse von Säle, sich beeping dafür interessieren. Oder wie ich Vamos jetzt. Vielen Dank.